Als ich noch jünger war, träumte ich davon, endlich Jungs daten zu können. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, Händchen zu halten, mit einem total süßen Typen eine romantische Straße langzufahren. Es ging eigentlich nie darum, ein genaues Ziel zu haben, sondern eher um das Gefühl von Freiheit. J, bist du wach? Was hast du vor? Du wirst mir das nicht glauben, aber du musst dir merken, was ich dir jetzt sage. Dieses Ding, es wird dir folgen. Jemand hat es mir angehängt und ich habe es auf dich übertragen. Egal wo du bist, es ist in deiner Nähe und verfolgt dich. Du kannst nur versuchen, es auf jemand anderen zu übertragen. Ich habe Angst, ich muss ihn unbedingt finden. Was hat er dir wirklich angetan? Offensichtlich hat er das Haus in der Stadt unter einem falschen Namen angemietet. Ich schwöre es dir, das ist alles nur ein abgefucktes Spiel. Wenn es sie tötet, holt es mich und geht dann zurück bis zu dem, der es entfesselt hat. Was genau soll das sein, was dich verfolgt? Keine Ahnung. Es ist etwas passiert. Aber nicht das, was sie denkt, okay? Du glaubst mir nicht. Mom? Nein, ich bin's. Seht ihr, es ist alles okay. Es kann aussehen wie jemand, den du kennst. Oder wie ein Fremder. Alles, was ihm hilft, um an dich ranzukommen. Alles, was ihm ist. Alles, was ihm ist. Untertitelung des ZDF, 2020